Digitaler Mobilfunk, kurz DMR, bezeichnet den Übertragungsstandard von digitalen Sprach- und Dateninformationen in nicht öffentlichen Funknetzen. Unterschieden werden drei Anwendungsstufen. Tier 1 für den privaten Bereich, Tier 2 für Betriebsfunkanwendungen und Tier 3 zur Realisierung größerer Funknetze mit Vermittlungsintelligenz. DMR findet als kleine Tetralösung in der Industrie, Wirtschaft, in Kommunalverwaltungen und überall dort Anwendung, wo ein professionelles Funknetz notwendig ist. DMR bietet alle Vorteile des größeren Bruders. Eine zuverlässige Sprach- und Datenübermittlung, hohe Reichweiten, Robustheit, Übertragungssicherheit und Endgeräte mit einem zugeschnittenen Funktionsumfang. Die DMR Produktfamilie von Sepura umfasst unterschiedliche Gerätetypen, vom einfachen Handfunkgerät bis zum Einbaugerät für Fahrzeuge. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Funktechnik und gestalten Sie die Übergangsphase von analog zu digital, sicher und effizient. DMR Funk von Selectric – Lösungen für nicht öffentliche Funknetze. 70000-メiligung Untertitelung des ZDF, 2020